Seit 1998 ist es bei ELIS unsere Mission, modernste Technologien von der Forschung in die Produktion zu überführen. Von Erlangen aus liefern wir messtechnische Lösungen für die Qualitätssicherung von Glas und Kunststoffen in die ganze Welt. Namhafte Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen nutzen unsere Technologien und lösen damit anspruchsvolle Messaufgaben in den Bereichen Restspannungsmessung, Farbmessung, Gemengeberechnung und Labordatenmanagement. Anwender aus allen Bereichen schätzen die Robustheit unserer Messgeräte und die Einfachheit unserer Bedienkonzepte bei gleichzeitig großem Funktionsumfang. Um die hohe Zuverlässigkeit unserer Hard- und Software zu gewährleisten, gehen wir bei der Qualität unserer Produkte keinerlei Kompromisse ein. Bei ELIS ist es uns wichtig, Lösungen anzubieten, die genau zu Ihren technischen und wirtschaftlichen Anforderungen passen. Dabei stehen wir Ihnen von der ersten Anfrage bis zur Auslieferung und Schulung jederzeit beratend zur Seite. In unserer ELIS Academy schulen wir Sie nicht nur in der Bedienung unserer Produkte, sondern vermitteln auch das notwendige Grundwissen in Form von effizienten Workshops in kleinen Gruppen und in angenehmer Atmosphäre. Die regelmäßige vorbeugende Wartung bei uns im Werk oder direkt bei Ihnen vor Ort sichert die langfristige Funktionsfähigkeit und Werthaltigkeit unserer Messgeräte. Sollte wieder erwarten doch einmal etwas nicht funktionieren, kümmern wir uns sofort unbürokratisch und nachhaltig darum. Auch deshalb schätzen unsere Kunden weltweit unser Engagement und empfehlen uns gerne weiter. Bei ELIS sind wir immer bestrebt, neue Anwendungsbereiche für unsere Produkte und Dienstleistungen zu erschließen. Was können wir für Sie tun?